Wir könnten damit angeben, dass wir die technisch ausgereiftesten Automobile der Welt entwickeln. Oder damit prahlen, dass wir mehr Preise erhalten haben als jeder andere Automobilhersteller. Wir klicken uns den ganzen Tag, rühmen, preisen und loben. Aber das haben wir nicht nötig. Denn unsere Autos sprechen für sich. Wenn ich's dir sage, Mann, jedes dritte Aufblinken ist langsamer. Die 60er haben dir nicht gut getan, oder? Von den Machern von Findet Nemo und die Unglaublichen. Walt Disney Pictures präsentiert einen Pixar Animation Studios Film. Chaos. Seit ich lebe, verfolge ich jedes Rennen schon mein ganzes Leben. Dann kennst du mich. Kennst du viel, Ferrari? Nein, 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 nein. Die fahren nur europäische Rennen. Was? Luigi interessieren nur Ferrari. Wir phärer,ista St Das, sagen wir ihn nicht an, warum. Schnell, ich weiß riesige, macho.